Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und zahlreiche Studien belegen eines. Werden Online- und Präsenzlehre geschickt verzahnt, profitieren sowohl Lehrende als auch Studierende. Neben klassischen Blended Learning Formaten tut sich hier vor allem ein Modell hervor. Flipped Classroom. Was bedeutet Flipped Classroom in der Praxis? In der herkömmlichen Lehre werden zunächst Informationen in der gemeinsamen Präsenzveranstaltung vermittelt. Danach bereiten die Studierenden den Stoff alleine zu Hause nach. Flipped Classroom dreht diesen Prozess um. Die Studierenden eignen sich zunächst grundlegende Informationen selbst gesteuert an und anschließend wird der Stoff in der gemeinsamen Präsenzveranstaltung vertieft. Die Zeit mit den Lehrenden wird zur Qualitätszeit. Mit dem FAU-Förderprogramm INKULT bringen wir die Flipped Classroom-Idee in die Praxis. Wir haben zunächst Lehrende aktiviert, eigene Flipped Classroom-Konzepte zu entwickeln. Und aus den eingereichten Projektideen haben wir 16 zur Förderung ausgewählt. Finanziert vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Als Zentrum für Digitale Lehre an der FAU unterstützt das Institut für Lerninnovation, kurz ILLI, die Lehrenden bei der praktischen Umsetzung ihrer Projekte auf den verschiedensten Ebenen. In mehreren gemeinsamen Treffen sorgt das ILLI für einen effektiven Erfahrungsaustausch unter den Projektteilnehmenden. Die Learning Design Experten des ILLI beraten die Lehrenden mediendidaktisch bei der Konzeption und Umsetzung ihrer eigenen Flipped Classroom-Formate. Aus der Evaluation der durchgeführten Lehrprojekte werden Gelingensbedingungen für zukünftige Formate abgeleitet. In Seminaren und Co-Creation-Meetings lernen die Projektteilnehmenden über die Entwicklung von innovativen Prüfungsformaten, die Nutzung der Lernplattform Scudon und die Produktion und Gestaltung von Medien. Die Projektteilnehmenden erhalten Geld für studentische Hilfskräfte und Equipment, wie mobile Kamerasets oder interaktive Whiteboards. Die 16 entstandenen Flipped Classroom-Formate werden so aufbereitet, dass andere Lehrende sie als Blaupause für ihre eigene Lehrveranstaltung nutzen können. Dafür werden alle Pilotprojekte in einem Showroom und auf einer Konferenz präsentiert. Neben den Lehrenden profitieren auch die Studierenden. Sie profitieren von der Qualitätszeit im gemeinsamen Lernen in Präsenz. Und gleichzeitig können sie ihren Online-Lernanteil individuell auf ihr Tempo und ihre zeitlichen Möglichkeiten abstimmen. Die FAU legt mit dem Projekt INKULT die Grundlage, um die Lehre an der FAU zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und zu verankern. Die FAU zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und zu verankern. Die FAU zukunftsorientiert weiterzuentwickeln und zu verankern.